hey leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von ARK EXTENSIONS oder so EXTENSIONS, ja doch nicht die ARK EXTENSIONS, ja ihr lieben, ich weiß nicht was die Kali von mir will, die steht so komisch die ganze zeit vor mir, sie kichert auch so komisch, ich weiß nicht, ich weiß nicht was sie hat, ich weiß auch nicht was ich habe, ich habe gar nichts, ich weiß auch nicht wo sie gerade rauf guckt, ich weiß auch nicht, auf dem Bauchnabel, ach so ok, ja der Bauchnabel ist schick, ja wir wollen ein bisschen die Base erweitern, was wir auch machen müssen, ey, ach man, du siehst auch, du siehst auch, ja sorry, ich bin ein bisschen, guck mein Vogel, genau wir machen jetzt ein bisschen Bauarbeiten ihr lieben, denn was muss, das muss, es muss, auf jeden Fall, das ist ja, ein weiter Weg nach unten, ich werde steinhauen, ich werde steinhauen, ähm, äh, 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 äh. Wie sieht denn der, der, der Weber dann so weit aus, gut, dann geh indem ich meine Feder und packe meinen Koffer. Das hört sich hervorragend an. So, der einen Eintopf nehme ich mit. Oh, das sieht ja wunderprächtig aus, weil das gefällt mir hier überhaupt nicht, ihr Lieben. Hier ein bisschen... Alles anders hinstellen. Und die Teesauken? Keine Ahnung, was die Teesauken macht. Tee kochen. Nein, ich will weg. Nein, ich will weg. Ich hänge. Tee kochen, Tee kochen, Tee kochen. Nein, ich will durch. Tee kochen, Tee kochen, Tee kochen. Nein, ey. Es ist unfair. Ach nee, das war echt gut. Dann ist gut, ich glaube, ich brauche ein bisschen Out, weil sonst bin ich weiterhin nackig. Kannst du nicht irgendwo hängen bleiben? Das ist unfair. Ey, ich bin ein harmloser kleiner Biber. Ich bin ein Eintopf, lass mich. Ah nee. Tee kochen. Ja, anwesend. Ja, anwesend. Rette mich. Definitiv positiv, mach ich. Sie soll doch Tee kochen. Wenn ich ange... Wenn ich angezogen bin. Lass mich. So, passiv ist ich. Scheiße, ey. Lass mich. Neutral ist. Besser, wenn man rausgeht. Carly. Warum ist dieser scheiß Carl so schnell? Weil sie den gelevelt hat. Na, Carly-Boy? Geh Tee kochen. Mit Zucker. Ja, bitte. Heißes Wasser bitte. Ja. 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 Und bitte ohne Tee-Extrakten. Ja. Genau. Ohne Krümelstückchen dabei, weißt du? Ey, sag mal, rammelt ihr alle durch meine Tour, was ich geöffnet hab? Ja. Guck mal, guck mal, guck mal. Ja, es hat geklappt. Oh, ich brauche Oberkleidung. Fällt mir gerade auf. Oh mein Gott, sie hat's geschafft. Nein! Verdammt. Da war ich so langsam. Äh, jemand hat nochmal gedrückt. Ich war's nicht. Sie ist abgesprungen, sie ist abgesprungen. Wir haben Luft, komm, wir rennen weg. Ja, du hast recht. Warte. Ich hatte Angst. Schnee, weg. Ey, renn. Ja, tschüssi. Alter, du bist ja auch schneller. Warte, vielleicht muss er doch was draufhauen auf das Teil. Geht ja gar nicht. Warte, ich werde doch ein bisschen was annehmen. Bis zur Unendlichkeit und doch zum nächsten Baum. Baum gefällt. Oh, sie ist unterwegs. Oh Gott, es ist bei mir. Ja. Oh mein. Ich hau ab. Ich hau ab. Ich hau ab. Okay, ich bin schon voll. Oh, schöne Pizza. Oh. Ich bin voll. Gar nicht. Ich... Ah, Gewicht. Hm. Ich muss schon wieder zurück, weil ich voll bin. Du du du. Du 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 du. floating. Du 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 du. Ah, ne! Alles klar, ich packe bei dir rein. Bitteschön. Kannst mal sehen, na? Oh mein Gott! Boah, ich mache Lichtgeschwindigkeit. Ich mache Baywatch. Baywatch, gut. Ist da hinten die Steine fliegen? Ah, ich arbeite, Mann. Ich auch. Ach ja. Wie das Vieh schnurrt. Ja, ich muss echt was ändern, sonst muss ich die ganze Zeit immer nur auf. Eben. Tissi! Oh, auf rechts. Na, kommt die auch? Der Fuß? Ja, wir müssen hier einiges vollpacken, das werde ich auch nicht in der Folge machen, die Base hier auch ein bisschen weiter ausbauen. Na komm, Eintopf. Du siehst so ein bisschen aus wie ein Bohnen-Eintopf. Vielleicht solltest du den Namen ändern in... Weitere mal Speedy oder so den... ...an Kilo. Lady ist so lahmarschig. Ich glaube, das liegt am Namen. Echt? Mhm. Vielleicht hat sie sich ja auch nur überfressen. Das ist es nicht. Warte. Wo ist denn die Lady? Och, die ist immer noch am Arsch. Warte mal, wo ist denn hier? Bleib doch mal hier stehen! Bleib doch mal hier stehen! Bleib doch mal hier stehen! Ey, der Eintopf hat auch eine Lebensberechtigung, okay. Warte. Lady... Ich krieg das echt nicht die Schuss hin. Lady ist ein bisschen... Ah, ich wollte auch nicht drauf sitzen. Ähm... Lady ist ein bisschen... Komisch. Oh, jetzt ist das schon... Das ist schön. Das ist schön. So, schlechte Bären. Ja! Boah, ist angesprochen. Und so viele brauchen wir gar nicht mehr. Was? Na, wie viel haben wir hier drin? Ah, ja, es geht. einfach was brauchen wir brauchen leute deswegen wir brauchen einfach deswegen ist das so wie es ist wer stellt mir den vogel nicht fürstlich einfach hier hin das ist ja ja ich war es so dass gut sich den cut noch was zu fressen dann werden wir mal hier ein bisschen das wasser vergiften mit unserem ganzen mill sattel schwert brauchen wir das eigentlich nö ne einen sattel nein die wunderkerze hätte ich gerne noch mal stimmt eine facke habe ich noch gar nicht gemacht es geht ja absolut gar nicht machen wir uns irgendwann habe ich das gefühl boris steckt den kopf in die erde was stimmt nicht mit die boris schüchtern der boris der boris ist total einsame klasse reparieren so dann habe ich auch endlich mal wieder klamotten für mich einfach also holz brauchen wir definitiv das weiß ich noch zusätzlich rein weil es soll ja immer weiter brutzeln wir brauchen mehr von diesen mörder pestle dinger das machen wir dann auch sonst haben wir alles ich glaube wir bauen dann erst mal die bude ein bisschen größer ja unbedingt vor wie jetzt hier noch russausen verschwinden was wir verschwenden ressourcen du verschwendest ressourcen ist das dein ernst nein das würde ich nie im leben tun oh sinn ey nehmt mich doch mit und die den eintopf eigentlich warum nicht boris hat ganz schön hunger die saufen hier so macht so lasst mal lasst mal ja schön weiß es endlich wird wunderschön voll mhm 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 ja hab ich schon ein paar ripplitz guck mal zwei stück aber wir brauchen ja Gaule um auch noch Position dazu ja ich stehe hier und krafte ne runde ja ich sitz auf sitz genau sitz mal biber ankylo pronto keine ahnung level easy setz dich auf ein ankylo oder so ja setz dich auf ein ankylo aber kann ich ein level verticken weil du nix ahnung hast von so einem ankylo karno kannst du leveln aber nicht ankylo der soll die punkte kriegen und ich muss mich mal ganz kurz müten oh von mir aus kannst du die ganzeheit gemütet bleiben hahahaha hahaha hahahaha 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 ähm das war ein witz das hast du nicht gesagt fräulein hahahaha 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 das ist ne hahahaha doch nein schau dir meine aufnahme an ja ich hab immer noch nen poko bei drinnen echt ja glaub auf irgendwo ich habe hesi was machst du da eigentlich hier sind keine steine hier rein bogen packen wir mal hier rein ist das denn ernst hesi ist das denn ernst kalli ja hol mal betäubungsfeile raus und beschieß mal bitte die t saufen das klappt leider nicht tut mir leid oooh das ist ja voll dämlich das hat so was voll kacke soll ich auf pvp umändern dann schmeißen wir sie raus dann killen wir sie hm einverstanden gell na kommst du nicht vor oh der hängt hier um schade na lass mal lieber mal eintritt so klein bieber was willst du denn hier bisschen leben ausdauer natürlich damage schade wo wollen wir denn unsere große bruder hier anfangen hier wo die kleinen runden gesetzt hast oder da wo wir ach ne da wo deine wasser leid und was ist besser war ja mal größer werden kann mich denn das gute stück hier nehmen ja ach die saugen ach die kalibaut schon bekomme wir dadurch auch level da fliegen die holtspäne da bekommt der bieber gleich mehr hunger hoch platz oh mein gott bin ich schnell unterwegs ach alter das ist klar dass das nicht mein vogel ist würdest du dich woanders setzen danke oh geht das etwa nicht bist du zu schwer ich setze halt andere prioritäten pri 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 aber wenn es mal eine wichtige priorität ist dann kannst dein vogel nicht weil ich sterbe oder beziehungsweise mein vogel stirbt dafür hast du ja deinen vogel kannst du mich ja wenn ich sterbe wenn mein vogel stirbt ey das ist christmas lass christmas in ruhe da hat er jetzt einmal ein level bekommen reicht nein oh respekt christmas 400 ey was frisst denn der ponto in sich hinein Boris einfach nur Boris machen wir machen wir äh so ja müssen wir eigentlich so mit klein klein häusern arbeiten ne hier erstmal das erste Haus da oben das andere weil das ja dann hier wir bauen nicht schon nein gute frage nächste frage baue doch erstmal so weit wie du kannst nein okay besonders gut ist die stelle nicht wenn man sich was großes hinbauen möchte aber man kann ja das gehege noch erweitern level up hier geht es schon nämlich rein in den boden ja dann lass es doch da hinten hier 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 komm mal bis zum nächsten trocken wasser nein ach carly ich hab's gesehen aufgenommen hast du nicht doch guck meine folge ich könnte eigentlich hier so ringsherum weil man ja auch hier bauen kann ja machen wir auch hier den garten denn hin so denn hier definitiv positiv Hier hin und nicht weiter. Was da oben bauen wir denn? Wir wollen ja... Das Problem ist dieses Teil hier in der Mitte. Sonst hätten wir hier eine wunderschöne Ebene. Jep. Oder man muss ringsherum bauen. Guck mal hier. Ah, sag mal. Oder so, ja. Kommt drauf an, ob die dann unten weiter stacken. Schön tiefer, ne? Äh... Hätte ich jetzt noch... Verdammt. Setzt da unten erstmal hier ganz unten ein hin. Und versucht so weit wie möglich da hin zu gehen. Dann wird das unsere... Keine Ahnung, vielleicht unsere Lichtquelle? So meinte ich das jetzt nicht, aber okay. So meintest du das nicht? Nein. Ich meinte auf einer Kranfläche. Hier. Auf der, wo ich gerade stehe. Ja, oder da bitte lass mal... Äh... Dach wird aber lustig, ne? Eventuell müssen wir an der Stelle mit Pillern ein bisschen bauen. Äh, oder du baust... Man baut eine Wand noch höher. Eine Wand höher. Und dann... Eine... Langsitzen? Natürlich. Natürlich. Weißt du, was dann passiert? Nö. Alle unter der Ceiling. Doch, nicht das. Ich meinte das Dach oben. Bei oben. Muss mal, ich muss mal... Nee, Quatsch. Was denk ich da? Weiß nicht, was du denkst. Keine Ahnung. Wenn das Denken der Gedanke ist, ein denkenloses Denken, darum denke ich, in der jediger Dach zu haben. Dach zu haben, genau. Man kann das hier auch unten kaputt machen, dann hätte man hier... Nein! ...möglichkeit, nach unten zu bauen. Ich guck erst mal was. Das würde aber nicht aufgehen, so ein bisschen. Dich raufsetzen. Hallo. Ach, Mann, hör auf jeden Fall. Ey, Leute. Ich. Oh, warte mal. Nein! Ja, so ungefähr. Es. Soll doch wunderschön aussehen. Oder nicht? Du machst das schon. Tee saufen wollen wir in einen Club? Warte, ein Club? Da fühlen mich mal... Ich weiß nicht, wo ein Club ist. Ich glaube, hier gibt es auch keinen Club mehr. Ach, Mann, ist die Welt langweilig geworden. Ja, geht so. Ey, was? Greifst du mich an? Alter, was greifst du mich an? Lady wird wild. Schießt den Beute da oben ab. Bisschen über. Mit Absicht. Das Abseitsdatum ist abgelaufen. Das Heidedatum. Das Mindestheidsbarcatsdatum. Das war ein falsches Wort, aber egal. Ihr habt mich alle verstanden. Haha. Wahrscheinlich schon seit 2000 abgelaufen. Ah, nein, ich wollte wegrein. Ah, ich werde mir noch was ausdenken lassen. Äh, ausdenken werde ich mir. Und ich werde das, glaube ich, nicht in der Aufnahme machen. Ah, ding, 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 ding. Da wartet einfach... Irgendmal auf Dauer, wenn ich ja die ganze Zeit immer was ausführe. Haben wir kein Holz? Großes Holz! Ich habe verbraucht. Hopp, hopp, hol mal Holz. Hopp, 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 hopp. Tschüssi. Ach, oh. Ich gehe auf jeden Fall wieder weg, ihr Lieber. Tee, Sauf, mach doch einfach die Tür zu. Das ist richtig, ja. Wenn die übersteht, dann kann ich... Schön gleichmäßig abgeschlossen. Er ist abgeschlossen. Die Tür. Wartet! Wartet, was? Was ist das für ein Ankylo? Ankylo. Bitte sein hohes Level, bitte sein hohes Level, sein hohes Level. 15. Das ist... Der ist... Der ist auf, ich wollte die Farbe beschreiben. Warum tötest du den einfach? Ich bin mit einem Beute unterwegs. Er kommt die anderen und frisst den weg. Direkt vor meinen Augen. Geh nicht hin, der leichte Schreck. Ist doch voll uncool. Tierfehler. So. So. So, 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 so. Das ist schon mal gut. Auch die Schwarren haben ein Recht zu überleben. Zu leben. Allgemein. Ich hab's. Ich hab's. Ja, ich hab's. Ich... Ha... 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 Hab's. Da können wir jetzt anknüpfen. Können wir jetzt... Größer werden. Hey, das machen wir weg. Das machen wir jetzt. Ach, schön. Schön, ich freu mich. Ich freu mich. Ähm, ähm. Der... Der fügt ja die Stimme. Hier können wir größer werden. Und... Ja. Ist auch eigentlich gar nicht so übel. Einfach mit einbauen. Nicht wahr, Elia? Oh, mit A. Es geht voran. Ich kann keine mehr bauen, weil... Lichtgeschwindigkeit. Warte, warte. Ah, ah, ah. Lauf weiter. Ich bin... Hey, Mann! Tee saufen! Mann, ich wollte schnau machen! Ich bin die Tee saufen. Warum trinkt eine Knutschkugel? Die Welt gehört mir. Ja, ich kann wegrennen. Oh, ist das schön. Warte mal, warte mal. Oh, noch, auch noch. Einfach mal die Tee saufen ein bisschen voller machen. Ja, hau rein da. Ich krieg... Ja, Tee si glaube ich eher nicht. Tschüss. Das bringt nicht viel. Lass die Zeit, Tee si. Einer mit Pfeilen, ne? Dann können wir hier nämlich, äh, den Garten machen. Lass das Tor auf! Für Lady! Lady! Oh, Steine. Boah, wir sind schon bei 24 Minuten. Nein, ich wollte weiter machen, ey. Ich hol doch mal einen Otter Stein und dann mach mal ein. Hör doch mal auf, geh mir aus dem Weg, ey. Ich bin auf knallharter Mission. Ey, sind die Tee saufen, steht gerade echt. Hardcore Shane, my Tee si. Mit Kahl. Eigentlich müsste ja die Reihenfolge so sein. Oben müsste Tee saufen sitzen, darunter müsste der Dino heißen Tee-Tasse und darunter Unter-Teller. Ganz wahrscheinlich keiner, okay. Schöne Kombination. Na, die Tasse muss auf den Unter-Teller. Ja? Ja. Sonst verbrüht man sich die Hände und so. Pack Tee saufen, sie weiß, wovon ich rede. Das ist total richtig. Die trinkt Cappuccino. Voll das andere Thema. Ey, das nehmen wir mal rüber. Och man, jetzt bin ich. Fertig. Erstmal die Windbeute hier wieder ein bisschen. Nein, 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 nein. Ja, so. Ah, wir brauchen ein bisschen mehr. Guck mal. Guck mal, sie bewegt sich wieder. Ganz normal. Und beißt wieder im Hintergrund. Oh nein. Oh nein. Ach, die könntet mir jetzt leichter machen, weil ich hier draußen schon ganze Scheiß krass Ach, bin ich so shiny. Aber ich hab kein Holz dabei. So, das gute Stück packen wir hier rein. Das nehmen wir mit. Packen dies hier noch mit rein. Und gut ist. So, du Eintopf. Was hast du denn noch? Dann geht hier saufen. Ziemlich viele Bären haben wir. Echt? Ich ignoriere das Objekt hinter mir. Solltest du. Ja, ich mach's eiskalt. Alleichter ungemein. Hm? Schön, dass sie... Ey, weil einfach hier drin steht. Was soll das? Sag ich so. Ja, schieb mich hier noch weg, damit ich nicht mehr rankommen kann. Bin voll. Sollst du mich wieder ranzuschieben, oder was? Geht's noch? Ja! Ja, reicht ja. Reicht ja jetzt. Ähm, Metall kann ich ja schon mal einschmelzen. Und wir werden auf jeden Fall das Ganze schnucklig hier zusammenbauen, ihr Lieben. Ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen, ne? Ich bedanke mich auch. Und dann bis zur nächsten Folge, ihr Lieben. Ciao, ciao. Ciao, ciao. 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 Spooky, scary skeletons, and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons, speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shrieking.